ist doch was sie gemacht hat und jetzt nach sebastian ross soll wieder mal norwegen gegen wie norwegen wieder mal diese situation ist doch was den gegen ross soll was dann hat er in der flachau gewonnen ja und wenn er so ein lauf auspackt wie im zweiten doch in der flachau da hat er auch einen riesen vorsprung gehabt ja also bei dem ist alles zuzudraht er konnte so mit der sekund vorsprung unten enden aber auch gleich draußen wenn er die nerven hat jetzt hat er sie erdruckt der ski läuft gut wir haben es schon im vorfeld gesagt Pertl auf Verökel, er auf Verökel, Ross hat die Bestzeit gehabt bis er ausgeschieden ist auf Verökel also der geht der funktionierte Ski hält dagegen hat nichts verloren und nichts dazugewonnen so ist jetzt der Mann den ich leicht favorisiere in diesem Abschnitt gegenüber Gestoffersen baut 700 Slaus ja 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 jetzt kommt es aber an wie erwischt er das ja ganz eng da ist er einmal ausgerutscht und hat er das ganz clever rübergezogen wie viel Zug hat er drauf jetzt bissel härter ich glaube Christophersen hat hier ein bisschen mehr Schwung mitgebracht aber er hat den Tja, 37.7 Uhr für Sebastian Ross-Soliburg und wenn er jetzt wie unten raus tänzelt in der flachau dann ist es dann nicht mehr zu nehmen aber Christophersen ist da unten saustark gefahren aber das macht er auch er macht das auch das macht er auch die letzten Meter nach unten und er schlägt Herr Christophersen Sebastian Ross-Soliburg für Henrik Christophersen Norwegen 1, Norwegen 2 also was ist denn hier bei diesem Rennen los? so und jetzt wird aber dort unten trotzdem noch mehr Stimmung aufkommen während wir erst einmal Soliburg genießen denn jetzt steht ein Lokalmatador dort oben da Alex Finazer steht jetzt oben aus dem Grönertal der Südtiroler der sympathische Südtiroler den wir ja wirklich jetzt auch wünschen dass er in dieser durchwachsenen Saison die er hatte hier voll einen runter nach Prinz Soliburg der am Anfang der Saison rein weil er ganz vorne dabei war nach dem ersten Durchgang es nie runtergebracht hat also den Sieg runtergebracht hat den hat er immer auf der Schaufel gehabt auf der Skischaufel in Flachau ist es dann gelungen und seitdem glaubt er dass er gewinnen kann und genau das hat er jetzt umgesetzt einen fantastisch spannenden Christophersen unten noch einmal ab zwei Zehntel abgeknappert also Gratulation wenn er das jetzt runterbringt dann ist er der coolste Kärntner den ich kenne vor dem Klammer ja stimmt Entschuldigung Franz Entschuldigung das ist ja ein Majestätsbeleid vor dem Klammer so Norwegen liegt sich in den Armen Norwegen weiß man hat relativ sicher zwei Medaillen im Sack aber jetzt Österreich vor der Geschichte Adrian vor dem größten Erfolg seiner Karriere kleiner Rutscher Frechfahr in dem ersten Durchgang ja er fährt ein bisschen zurück ganz leicht aber nur ganz leicht was sagt die Zeit da zählt er jetzt der sah schon aus ja 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 der fährt jetzt kontrolliert er merkt er alles hat er hasardiert jetzt fährt er es kontrolliert er weiß er kommt jetzt ins Flache jetzt gehts besser schau hin da ist er ganz kurz durchgeschrängert nach der Kante ein bisschen hart gewesen also jeder Schwung muss jetzt sitzen wir haben nur 1600 zuvorsprung jeder Schwung muss jetzt sitzen er schiebt den Innen schien nach vorne schau mal wie die Schaufel da nach vorne geht also er ist auf Angriff programmiert und es sind 7 Minuten jetzt wirds ganz ganz nach vorne Sollevac ist unten stark gefahren Sollevac unten ganz stark wenn er dann sprengt er das norwegische Double da vorne das kann er sprengen Sollevac außer er zaubert es noch nein 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 er kommt zwar ins Ziel aber es reicht nicht es ist die Siena Medaille für Österreich es ist tatsächlich der Weltmeistertitel der Weltmeistertitel für Sebastian Vos Sollevac ich glaube nicht dass jetzt von den anderen die nicht in gestürzte Reihenfolge gefahren sind noch mal einer rankommt und somit zieht er mit großen Namen gleich und zwar der Rainer Stein Eriksen 1954 dann Tom Stianzen ja Tom Stianzen 97 und natürlich 1993 Schetzel André Amat gratuliere gratuliere und dann Sebastian Vos Sollevac was ja auch noch so eine schöne Geschichte ist der so lange auf seinen ersten Sieg gewartet hat und er wird Weltmeister ja ist doch super gut aber man muss dann auch wieder wir haben das gesagt aufs Material zurückkommen ja und wir haben das auch bei Stefano Groß gesehen der dann auch Völkel fährt und die sind einfach muss man ehrlich sagen wenn es so ein Firmschnee hat dann sind die einfach klasse die Ski aber deswegen musst du fahren du musst das ausnutzen und die anderen Ski sind ja nicht wesentlich schlecht aber es sind so ganz kleine Vorteile wo man aber abwarten muss gratuliere